So ihr Lieben, es geht los! Wie ihr wisst, steht der HOMODEA Live Meeting Point in Graz, oder sagen wir jetzt mal Meeting Point, weil live sind wir ja schon längere Zeit nicht mehr. Der Meeting Point in Graz steht für Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentwicklung auf eine sehr sehr kreative Weise. Wir arbeiten hauptsächlich mit dem Tool Kunst. Diesmal haben wir etwas ganz Besonderes vor. Wir wollen nämlich am 25. und 26. Juni ein Neurotransformation Art Event ins Leben rufen. Das heißt, es werden sich an diesen zwei Tagen mehrere Künstler aus verschiedenen Sparten treffen und miteinander und mit euch ko-kreieren. Und zwar mit mehreren Tools. Wir arbeiten mit Tools aus der Malerei, aus der Neurografik, aus dem Bodypainting. Das ist besonders spannend, wenn man diese Dinge kombiniert. Aus dem Bereich von Film, Fotografie und Musik. Und wir werden dann miteinander an zwei Tagen arbeiten und gleichzeitig Workshops leiten, wo wir mit euch live und online arbeiten werden. Das Ganze ist ein Event, wo es besonders darum geht, die Kunst der Verbindung, die Kunst der Vernetzung, die Kunst der Veränderung und vor allem die Kunst der Potenzialentfaltung für dich erfahrbar und spürbar zu machen. Interessant ist vielleicht auch für dich zu wissen, dass fast sämtliche Künstler, die daran beteiligt sind, eigentlich Mischwesen sind. Das heißt, wir kommen nicht nur aus dem Bereich der Kunst, sondern auch aus den Bereichen Medizin, Transpersonale Psychologie, Archäologie und Coaching. Und auch das unterstreicht noch mal diese Notwendigkeit, die wir als Künstler sehen, verschiedene Sparten endlich homogen miteinander zu verbinden. Also, wenn du eine tiefgehende Veränderung auf eine ganz, ganz kreative, bunte, sinnliche, lustige Art und Weise erfahren möchtest, dann komm am 25. und 26. Juni dazu, ob live oder online. Die ganz genauen Bedienungen wissen wir wahrscheinlich wieder erst vorher, knapp vorher. Online wird es sicher stattfinden. Die Künstler werden sicher miteinander arbeiten. Wir werden uns sicher in irgendeiner Form verbinden und darauf freuen wir uns. Nutze bitte die Links, nutze meine Mailadresse, kontaktiere mich direkt, wenn du dabei sein möchtest. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.